Vivaldi Tiernahrung steht für artgerechte Ernährung für Hunde und Katzen. Die Rohstoffe für unsere hervorragenden Produkte kommen von regionalen Partnern, was unserer Produktion eine dementsprechende Nachhaltigkeit verleiht. Ich halte von Vivaldi Tiernahrung sehr viel, weil ich sehr viel TCM mache und Alternativmedizin. Ich verwende Vivaldi bei sehr unterschiedlichen Indikationen, also ganz besonders bei den gestressten Hunden. Ich mache dann einfach so Futterproben und stelle ihnen zwei, drei verschiedene ordentliche Futtermittel hin und sie wählen sich dann selber aus, was sie möchten. Das überzeugt doch viele Besitzer und sie bestellen es sich dann einfach und sehen, also innerhalb von wenigen Wochen die positive Veränderung bei einem Tier. Meine Kunden sind überaus zufrieden mit dem Futter. Erstens einmal kommt es aus Österreich. Es ist richtiges Fleisch drinnen in Sorten reiner Qualität. Meine Kunden freuen sich besonders über das Gratis-Heimliefer-Service. Die Partnerschaft mit Vivaldi ist so toll, weil alles reibungslos funktioniert und wöchentlich neue Kunden dazukommen. Die Produktpalette von Vivaldi reicht von Hühnerfleisch über Rind, Wild, Lamm bis zu Kaninchen und Wildschwein. Ich füttere meine Tiere mit Vivaldi-Futter ganz einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass es ein sehr, sehr gutes Futter ist. Ich merke es daran, dass sie einerseits sehr vital sind und die Tatsache, dass sie sich darauf freuen, wenn sie das Futter bekommen. Sie führen gerade seinen Tanz auf, wenn ich die Dose öffne und ihnen das in den Futternapf gebe. Eigentlich nur noch das Einzige, was ich meinen Tieren gebe. Vivaldi-Tiernahrung ist seit 17 Jahren am österreichischen Markt erfolgreich. Nun wollen wir diesen Erfolg nach Deutschland tragen. Mit unserer Erfahrung, mit unserer hervorragenden Produktpalette und unserem Know-how sind wir sicher, auch in diesem größten Petfood-Markt Europas erfolgreich sein zu können. Wir freuen uns, wenn Sie in ein österreichisches Unternehmen investieren und mit uns gemeinsam den Schritt nach Deutschland gehen. Wir freuen uns, wenn Sie in ein Jahrzehntzen, können Sie in ein Jahrzehntzen gehen.